alter dann beim zweiten machen wir oben teilweise abgeerntet und danach abgebrannt und dann ist das ja schon das dritte mal wo das law wieder selber verschwindet und es ist also ich sehe überhaupt nichts gerade also nicht mehr ich sehe was ist ja noch weniger einfach nirgends wo mehr fackeln sind wollen wir haben eine fackeln kaputt gemacht diese niederträchtigen gemeinen bäume du meine güte ist hier viel holz alter schwede ich sehe wieder mal wirklich zeit wird es dass wieder tag wird sie hat wirklich nichts mehr und jetzt ist der freudige moment gekommen wo kein holz mehr hier ist außer der bomb der bleibt hier auch warte ich habe doch noch eingefunden okay ich hoffe übrigens dass man den spawnpunkt in der mittelle auf in der про die ich du und um ja die ich das gemessen darüber und holen uns doch alle anderen setzlinge ich glaube ich hätte beim doch abreißen alter dieser setzling mengen gut wir haben circa die viele exe haben wir verbraten zu viele kann man das sagen einfach nur dass wir zu viele extra verbraten haben so erst mal hier hochgehen alter wie viel holz in diesem baum drinnen ist so ich glaube jetzt haben wir es gleich endlich so schauen wir einfach mal zu wie schnell das hier letztendlich geht und da vorne muss ich glaube ich block update ausführen bei dem da also diese geschwindigkeit ist wirklich gut kann man nichts sagen und ich trinke mal einen kleinen schluck heute mal kein wasser sollen orange limonade denn es ist bei mir noch winter und da muss man viel vitamin c und generelle vitamine zu sich nehmen und in getränken aus früchten ich sind davon erfahrungsgemäß etwas mehr als in wasser so so jetzt ist es raus ja so ich finde aber die reine menge an setzlingen echt ja übertrieben will ich jetzt nicht sagen aber übertrieben trifft es halt ganz gut ich habe acht stacks setzlingen hier rausgekriegt oh warte neun ich habe davon abgesehen dass ein baum noch sogar noch wachsen muss und ich glaube es waren vorher nur acht stacks holz generell das haben schon verdoppelt zehn elf zwölf 13 6 holz waren es ungefähr ja das ist schon viel gut das nächste ist holen wir uns erstmal die ganze erde raus und ebenen hier unten schon mal ein bisschen weiter hier ein so so eh dann ich das lustige ist ich weiß nicht mehr genau warum ich alles ein ebene kann ich euch wirklich nicht sagen ich habe zumindest hier noch kein konkretes bauvorhaben aber zirks bauwerke muss ich glaube ich fast allmählich akzeptieren dass ich eher ein minecraft spieler bin der sich mehr landschaftsbau technisch immer mal wieder alter austob als wirklich bauwerke das merkt man auch bei mir im echten leben dass mir landschaftsbau sehr sehr viel spaß ich weiß nicht ob ich das jemals gezeigt habe aber ich habe ja einen ganz 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 ja es heißt ja ganz aber er ziemlich klein gartenteich in dem man nicht mal goldfisch erhalten kann weil die sonst den winter über zu tiefkühlfisch werden muss ich mal ausprobieren ob das tatsächlich also diesen winter hätten sie auf jeden fall überlebt weil der teich hatte nicht einmal eine eisschicht darüber so warm war ich muss überlegen ob in normalen wintern nicht tatsächlich den kleinen kleinen springbrunnen immer laufen lassen wird so etwas strom kosten aber nicht sondern nicht viel weil die pumpe war sie überhaupt keine leistung hat ob sich dann überhaupt noch eisische bildet weil bei beschneiungsteichen und gebieten funktioniert dieses prinzip ja auch wunderbar sage ich jetzt mal da haben sie auch immer einen kleinen brunnen am laufen der hat immer das wasser in bewegung hält und das wasser in bewegung ist ob es jetzt durch reibung wesentlich energie aufnimmt keine ahnung vermutlich nicht was die reibung macht weniger aus aber viel mehr kann ja bei wasser das ständig in bewegung ist kann sich ja nicht wirklich eine eisschicht bilden oder einzige wo es halt ist so bei straßen sieht man manchmal diese fetten eiszapfen wände aber sind ja nicht wirklich wo wir doch wenn ich mal genau darum nach den gesinnen spreche aber nicht welche die immer die immer wasser führen also wenn ich die straße im sommer lang fahre dann ist da vor allem sind da tropft wenn dann es ist halt immer relativ feucht wenn es im herbst da regnet sie dann eh öfter da ist halt da von haus aus bei feuchtigkeit da die dann halt in der nacht auch mal an den felsen gefriert aber sonst so so ein bach also der da immer der das so fröhlich vor sich hin platziert der gefriert ja nicht der fließt ja immer und mit dem prinzip müsste ich doch eigentlich den gartenteich immer also so halt in schuss hatten können dass die fische auch den winter über überleben davon abgesehen dass dann das wasser auch sauerstoffhaltiger ist im sommer habe ich tatsächlich eine kleine solarpumpe mir gekauft haben haar gebaut haben als die eigentlich verspült wurden ausgelegt war und ich bin schlauch anschluss hatte aber ich habe den brüllen anschluss so umgesägt dass ich da dann mittels heiß zu füllen und danach kaltem wasserbad da einen schlauch schrumpf schlauchartig drauf gemacht habe und seitdem plätschert im sommer sogar ein bach vor sich hin an dem teich das ist echt relativ nett anzusehen leider ist die kleine almhütte das war damals ein projekt für den kurzen unterricht bei einem zum thema architektur wo ich mündlich tatsächlich auf 15.0 stand haben wir unter anderem auch ein kleines blockhaus gebaut das steht da aber warum auch immer ist das total dreckig geworden was eigentlich ziemlich schade ist aber das konnte ich halt also kann ich jetzt ja auch nicht mehr ändern weil noch mal neu bauen will ich das ganze schließe ich auch nicht ach ja stimmt wir haben ja keine steine mehr haben wir erst mal acht schaufeln ja doch acht schaufeln sollten reichen wir irgendwo noch federn in den kisten die haben wir nicht haben wir nicht geschollen man hat irgendwie mehr platz dazu ist die wo die ganzen hügel mal wechseln und die ganzen bäume vor allem vielleicht hätte ich mir auch zeitgezack machen sollen weil ich glaube dass der drucker schon stein zum vorschein kommen konnte so rein vom gefühl her oh nein es wird wieder dunkel aber zum glück hat der gelie heute mal dran gedacht fackeln mitgenommen die glaube ich eigentlich von jürgen noch überwarn egal so heute wird er die kraft hier weiter geklatscht wird sie nicht